Alter, geil. Ich wollte das da bauen. Ich wusste, der guckt mich an. Ich dachte, du ist da. Ich denke, oh Gott, oh Gott. Die wussten jetzt selber nicht mehr, was gehauen und gestochen worden ist. Da saß es doch neben dir, oder? Oh ja, die machen Liebe lang. Ich mache Liebe lang. Ein schönes da Sensler ist wieder dran schuld. Und CMS hast du ihn auch nicht hingeschmissen. Nee. Ja. Das hatte ich frecherweise im Kammer. Ach, so ein unsoziales Ausspruch. So, lass uns zur Tanke. Ja, Tanke und dann zum F-Kontrollpunkt. Ja, ich sehe, wir sprechen die gleiche Sprache, Klaus. Ich gehe links am Zaun zu dem Strasch, ne? Okay. Aber es können jetzt auch welche oben hier vom Hügel kommen, ne? Ja. Ich gehe mal schnell rein. Ich habe einen Schlüssel mit. Ich auch. Mann, öffne. Ich bin am blauen Zaun in dem Gebüsch, wo die ganzen leeren Ölfässer liegen. Mhm. Ich weiß Bescheid. Du läufst? Ja. Hier ist eine Katze drin, Klaus. Brauchst du die? Brauche ich nicht. Nee, nee. Hier ist das Käpte bei mir. Ich komme. Ich eile herbei. Der ist am Ende des blauen Zauns. Käpte hat mich entdeckt. Da kommt noch welche. Mann, wo ist denn der jetzt hier schon wieder? Wo kommt denn der? Hinter dem blauen Zaun ist noch einer, ne? Hinter dem blauen Zaun? Achso, den habe ich gerade umgenähtet. Nee, hier ist noch einer bei mir. Achso, bei dir? Da, wo ich in der Hocke, ich gucke Richtung Skat-Checkpoint in einer Ecke. Wo der blauen Zaun anfängt. Okay, ich komme gerannt. Ja, ja. Aber bitte nicht mich umliegen. Nee. Da, wie ist denn? Okay, er ist hinüber. Danke. Ey, das war echt eine Geduldsprobe für dich hier. Mit dem Skev-Sundar vor der Nase. Ich sag das Tier. Ich muss mal kurz nachklippen. Ja, ja. Ey, das war wirklich hart. Na gut, dass er dich nicht gesehen hat. Ich habe mich hinter einem Baum versteckt. Das ist so unheimlich clever. Die 80-jährige Geburt. Kommt bestimmt noch. Oh, da schießt einer vom Hügel oben. Der Sniper schießt er, glaube ich, zurück. Wollen wir uns den da oben holen, Klaus? Mhm. Jetzt, da kommt... Ich bleib mal hier, meinst du, ja? Ja. Du gehst außen rum, ja? Hier kommt was. Hier kommt was gerannt. Aus welcher Richtung? Richtung Bushaltestelle. Er ist gesprungen bei mir hinten am Sani-Auto. Ja. Zwei. Überall, Granaten. Akkus leer, scheiße. Ich verpiss nicht. Einen habe ich. Oh. Matze, wo bist du? Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin ab. Ich wollte. Einer ist hinter dem Dings, hinter dem Cast-Container. Hat zwei Hits. Ich habe zweiten. Okay, ich komme, ich bin das, ich bin das. Ja. Du stöhnt so oder was? Nee. Also ich höre mich nicht stöhnen. Haltst du dich gerade? Nee. Hasten? Jetzt, oder? Jetzt habe ich Hermanns alle. Ich bin es, ich bin es, ich bin es hier am Zauch. Ja, ja, alles gut. Okay. Ich muss eben klippen. Ich glaube, ich habe jetzt drei oder vier Spieler hier gelegt. Alter, geil. Ich wollte das da haben. Ich wusste, der guckt mich an. Ich dachte, du ist das. Ich denke, oh Gott, oh Gott. Die wussten jetzt selber nicht mehr, was gehauen und gestochen worden ist. Da saß es doch neben dir, oder? Ja, ja. Und hat sich geheilt bei dir. Achtung, hier draußen schleicht was. Scheiße. Ich habe keine Muni. Der hat was Schnelles. Er ist hinter dem blauen Zaun. Du bist auch hinter dem blauen Zaun, oder? Also er so viel? Nee, ich bin bei dir, bei dir, Muni. Ah, jetzt habe ich auf den Ast geschossen, oder was ist hier jetzt? Nein, du hast nicht auf mich geschossen. Nein, nein. Matzo, wirst du? Ich bin hinter dem Gaskontainer, hinter dem Grün. Mann, ich müsste mal nachklippen, Mann. Raschelst du? Ja, ich habe geraschelt. Schon wieder? Ja. Du bist noch im Gaskontainer, ne? Ja. Ich bin jetzt da, wo ich gerade den letzten gelegt habe. Okay. Hast du geschossen? Nein. Das war der Typ. Ich sehe ihn. Alter, wie hat der denn das Ding gemordet hier? Scheiße, ich bin down. Shit. Wir können aber nicht mehr viele haben, das hier. Ja, das Minus. Sauber. Alter, was geht hier ab, Klaus? Ich habe 4s U6 getötet. Alter, krass. Ich habe keine Munition mehr. Da, wo ich liegt, der hat eine M4 und ich habe eine MPX. Da ist auch keine Munition mehr drin. Aber die M4, da waren noch zwei Magazine, glaube ich, vor. Aber etwas weiter liegen ja auch noch zwei Leichen. Bedien dich. Da sage ich nicht nein. Und ich habe meine Wissensschwertig. Mit gebrochenen Extremitäten Kopfschuss. Ui, geil. Heißt das kalt? Blüht ich bei dir? Keine Ahnung, was ist das? Irgendwo. Das Kalt? Das Kalt? Die Absage. Ach, Quack, ich hab mal den Tagesquest fertig gemacht. Ich musste vier PMCs töten. Ach so. War auch nicht schlecht. War halt. Zurück Samurai. Ja, du hast extreme Action verpasst. Klaus hat vier Typen erschossen. Ich einen. Eigentlich wollte ich die Fahnenflucht ergreifen. Aber dann habe ich gesehen, Klaus ist im Kampf. Das war Wahnsinn. Das war richtig krass. Kacke, Mann. Oh ja, die machen Liebe lang. Ich mache Liebe lang. Ich mache dir das judged. Ach, der schießt auf mich, der Idiot. Jetzt habe ich es erstmal kapiert. Ach nee, ich... Ich müsste ihn ja mit der Knifter erlegen. Jetzt ist er weg vom Fenster. Wow, wir sind ganz schön überladen. Mann! Ich trottel. Ich habe mir mal eine Sekunde mehr Zeit genommen. Was war der Schmerz? Was war der Schmerz? Da ist er. Wie steht der Schmerz? Oh, 침. Jetzt verbissen sie sich alle! Seid ihr bekloppt? Wart doch gerade eine Schießerei hier! Jetzt rennt er weg! Ja klar, leg mich noch um die Tüte! Es hätte ins Auge gehen können! Jetzt habe ich wieder die Fensterscheibe eingeschlagen! Es ist zum Mäusemelken! Ich mag den Holoskop nicht so besonders gerne! Aber da hast du dann eben das Wort gehabt! Nächsten Busquenio! Das war's! Das war's! Mann, eher auch so Umfeld, Alter. Gibt's doch gar nicht. Ui. Glück braucht der Mensch. Ich habe auch noch so eine arme 14er Seele erschossen.